Niiiice Lass Enderpeller ihm Digga Ja, und die schießt mich wieder runter, das kannst du mir nicht erzählen, dass die nicht irgendwas am laufen haben Also nicht ein Hack, aber guck dir das an, das kann nicht sein, was hatten die in dem Leben irgendwie auf ihr Hobbys Ja, das ist Wochenende, jetzt können wir den ganzen Tag hier spielen Höhöhöh Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Bad Wars, Alter was ist denn das für eine Map Heute zusammen mit dem Abogeier, hallo Hey yo, was gedacht, der Abogeier ist auch dabei Aka Destroy Und jo Ich hoffe wir kriegen jetzt mal einigermaßen gute Runde Zusammen, denn eigentlich Oh, ich muss das Spiel so ein bisschen leiser stellen, ist gerade ein bisschen belastend Dass das so laut ist Und Und Eigentlich will das, äh Will das, will ich Die Video nur ein bisschen Ein Thema Ankündigen, beziehungsweise eine Info raushauen Aber Da Destroyer Ich finde es so geil, wenn ich Destroyer sage Hat sich so an wie ein Zerficker Ist eigentlich auch so Und ähm Der hat dann gesagt, komm, dann lass doch mal Bad Wars spielen Da hab ich gesagt, gut, dann machen wir das gleich In Kombination mit dem Thema Und zwar werde ich jetzt gleich runtergekickt, deswegen sah ich noch gar nichts Oh nice, hier ist noch Oh Gott, ich hab nen Goldspawn Ich hab nen Goldspawn einfach Bis auf, die raken uns bestimmt gleich Wenn er also da jetzt zu sagen fliegt Gut Er kommt nicht wirklich, oder? Scheiße Nice Ja Ja Auf jeden Fall, ähm Fangen jetzt mal an Mach doch mal eine Spitzackel eben Jo Willst du auch eine? Gut, keine Zeit Auf dich zu warten Haha Auf jeden Fall fang ich dann uns mal an Und versuch mal jetzt das Thema halbwegs durchzubringen Ist zwar ein bisschen schwierig in Minecraft Dass dann dauernd, äh, irgendwie rumgeht Und man geiert, ob jetzt einer kommt oder nicht Hier ist noch ein Ey, der kommt nicht wirklich jetzt in die Mitte, ne? Nice, da wird weggeboxt Ich versuchte noch zu treffen kurz Auf jeden Fall, ähm, hat's der eine oder andere wahrscheinlich schon im Titel gelesen Werde ich meinen Namen wieder umbenennen Beziehungsweise endlich umbenennen auf YouTube Habe ich vor lange Zeit schon gewollt Aber dann haben ja einige auch gesagt, lass doch jetzt Ist jetzt nicht so schlimm Ist auch richtig, aber Moment, da muss ich wegballern Nice Er lebt einfach noch Ich wäre direkt runtergefallen, na gut Auf jeden Fall Habe ich mir dann gedacht, okay, lass ich mal erstmal Aber jetzt, in letzter Zeit Ich hab's auch in anderen Videos dann gesagt gehabt Dass einfach so viele Leute mit Optimist im Namen Irgendwo rumgeiern In egal welchem Spiel Und ich kann mich einfach kaum noch Überhaupt in irgendeinem Spiel mit der Optimist anmelden Wenn ich den Namen nicht irgendwie verändere Und das ist halt extrem ekelhaft Und es ist ja, ich mein, da ist ja der Sinn vom Nickname Komplett für den Arsch dann, weißt du, dann Brauche ich ja kein Nickname, wenn ich mich nirgends so nennen kann Ne, also da kann ich mich ja glaube ich dann jedes Mal anders nennen Habe ich ja auch keinen Wiedererkennungswert Und es ist ja nicht mal so, dass ich jetzt sagen würde Äh, ich bin irgendwie ein großer YouTuber Und die wollen alle meinen Namen praktisch hier geiern oder so Ähm, ist es ja nicht Deswegen ist es halt so ekelhaft Und ich werde meinen Namen Köppler praktisch wieder nehmen Beziehungsweise nehmen Den habe ich ja auch ganz am Anfang schon In Betracht gezogen Aber habe es dann irgendwie nicht gemacht Ich weiß gar nicht, warum genau Aber der ist einfach ein Name, der irgendwie ein bisschen Grund hat Wenn ich ehrlich bin Einige wissen es schon, denke ich Ich habe es ganz früher mal gesagt Aber wenn ihr da Bock habt, mache ich dann auch irgendwann mal ein Video zu Ist ein bisschen, ja, kompliziert Vielleicht auch ganz lustig für einen oder anderen Der aus der Stadt kommt Beziehungsweise einfach Hochdeutsch spricht Denn der Name ist ein ziemlich breites Dialekt entstanden Und, ja Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm So, auf jeden Fall werde ich mich wieder auf Köppler umbenennen Und, ja, wundert euch auf jeden Fall nicht Die URL ist halt noch der Optimist Beziehungsweise der 1 Optimist Weil da ging ja der Optimist auch schon nicht Aber da kann man ja, denke ich, irgendwas mit YouTube klären, dass das geht Ich weiß nicht, ob man da irgendwie ein größerer YouTuber sein muss, dass das funktioniert Auf jeden Fall werde ich mich da noch schlau machen Oder an irgendein Netzwerk melden, wenn es soweit ist Wenn ich warte, ich halt einfach Jetzt ist ja noch nicht so schlimm Aber ich lege halt einmal großen Wert drauf Gut Wie gesagt, da wird sich auch Intro und so weiter ändern Aber das ist ja dann scheißegal Ich wollte euch nur, ähm Darauf hinweisen, dass dann alle sagt Hä? Wo ist denn der Optimist in meiner Apobox? Wer ist dieser Köppler? Oh mein Gott! Ich fall mit 4 Gold und 16 Eisen runter Ja Jawoll! Der ist auch sau schnell hergekommen Gut, das war's jetzt zum Thema Wir versuchen jetzt halbwegs hier was zu reißen Und das ist ja auch fast wie ein Neuanfang bei dir, ne? Wenn du jetzt so untergeflogen bist Gut Können wir übrigens auch mal bei Dingen, äh, bei, bei, Steffen aka Abogeier vorbeischauen Denn da haben wir wahrscheinlich, wenn's geklappt hat Wenn's endlich mal klappen würde Ein Video aufgenommen Wahrscheinlich hat's nicht geklappt Ich hab's jetzt nicht geklappt, oder? Hehehe Ich hab aber übrigens noch viel Gold Ja, mach mir mal Bogen Wer macht hier selber rein? Ne Alles klar Wahrscheinlich bin ich voll das Arschloch Oh Gott, ich dachte schon Gut, dann hol ich mir jetzt nochmal ein paar Blöcke Ich werde auch nicht großartig irgendwie eine Abstimmung machen oder so Ist ja Quatsch Ich mein, ich nenn mich so wie ich will Und das soll ja auch für mich ein bisschen Hintergrund haben Und nicht wie irgendwelche Zuschauer vorschlagen Das nützt ja nix, klar Kann man das machen, wenn ich jetzt sag Soll ich mich mit HD im Namen nennen Oder mit XD Oder, ne? Itz Dann, äh Ey, was soll das denn jetzt heißen? Ist das was anderes, dass du Names 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 Ich weiß zwar nicht, wann du den Namen so genannt hast, aber Moment heißen ziemlich viele Itz Der schießt halt eiskalt mit dem Bogen da drüben Oh mein Gott Der ist da 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 Mein Steffen bisschen Leck liegt es daran, dass er Garmin Lutscher lutscht, ne was Auf jeden Fall Äh Alles klar Auf jeden Fall liegt es daran, dass wir MDS sind und der gerade ein bisschen am Lecken ist Ja, fickt euch Was das für Lab-Szen ist, was machen nenn die? Alter, er trifft mich sogar Ich hab den aber aufgedruckt Deswegen wollte ich da ja auch Zubauen Ja, mach ich grad Ok Er ist nicht seine Angst Er ist echt nicht nochmal, ne? Zack, 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 zuck, 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 zuck es ist ein Junge du machst es jetzt weiß er will er Lieder sein und dann geht es ihm einen wieder zu ändern für mich behauptet nun weißt du es ist die ich hab gesagt ich mache es auch nicht jetzt auch gewinnert und sich zu nennen da hat er geht er alles mediafeuer aber dann gibt es ja nicht die Daten weil ich für den ganzen Account hätten was auch voll Sinn macht wenn man selbst YouTuber ist aber gut sieben Gold der trifft dich, der trifft dich, komm 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 das war zu knapp alter ja das so richtig ja ist mir egal, das soll er doch da geiern er ist runter gesprungen, weil er irgendwie so in Rage war in Rage in Rage in Rage in Rage Digga, bist du am Rasen? was warst du hier? ja Digga, der kummer der ballert mich die ganze Zeit an der drüben der Vogel pass auf, wenn du dieses Loch weggemacht hey hast du noch Eisen? zum verspeisen hast du jetzt noch Eisen? ne hab ich nicht Digga, bleib ruhig ja was du brauchst, hab ich nicht ne ich bin unfairer Teamplayer Digga, wir kriegen die Ronde nie fertig ich sag zu oft Digga zur Zeit aber ich find's einfach nice Digga Digga nice Digga lass mit Einstein bauen, wir sind bosshaft ich hab mir zu viele Intros in letzter Zeit angeguckt und das ist einfach das größte Drecks Intro gewesen so wie du jetzt eins hast, ist auch das größte Scheiße Intro, ne? oder? oder? ja, das sind ähnlich so, ne? und es ist auch auf jeden Fall nicht Props wert, ne? so ich hätte jetzt gern mal irgendwie hier ein Bett wie sollst du auf diesem Server, ich bin übrigens auf Revis Server wie sollen wir denn hier ein Beta bauen, ist so unmöglich? ach, besser auf, Alter ich bräuchte mal wohl noch, ey, was, kommst du mal mit? der schießt auf dich Digga, der muss getroffen haben Digga, der muss getroffen haben nützt nix ich bin runtergefallen, ich hab keinen Bock mehr wie die auch nichts machen hier, das kotzt mich an auf diesem Server das sind lauter Noobs, ist halt echt so was ist, würden die ja rennen weißt du, und die stehen nur hier guckt euch das, guckt euch diese Schande für Deutschland an es ist einfach so damit nur, er kommt einfach komm, verpiss dich da der hat kein Knockback der hat echt kein Knockback an der hat kein Knockback, alter, richtiger alter was soll ich dazu sagen? Jungs und Mädels er hört einfach nicht auf mit dem Schießen, ne? er ist einfach echt so blöd aber gut, wenn das Video dann zu lang geht, brech ich ab weil das kürzt mich dann immer weg, ich baue mir einen Fallschirm und spring da drauf nützt nix hier, dann kriegt man einen Runde drüber weil ich mach garantiert nicht den Affen dass ich hier ewig lang spiele, bis ich die Runde gewinne, garantiert nicht weil ich wollte nur die Info raushauen und fertig nimm jetzt nimm jetzt den Bogen nice oh man wenn ich Zeit hätte, würde ich das Video auch gut schneiden nützt aber nix auf welches Team soll ich? auf den mit dem Bogen? ja, Lila wie er schon wieder direkt schießt, sobald ich hier bin er süßt ihn halt nix, weil er kriegt das wird nicht sicherlich hinbekommen zu flach gewesen nimm dir an nimm dir an nimm dir nimm dir äh, er ist nicht runtergefallen ja, der mit den Bogen jetzt hast du schreckt, dass er mal ein Bogen bekommen ich gehst, würde nimmst du durch nimm ich ab nice du hast echt in die Mitte geschafft ich hab' wie die nichts hier machen gar nichts, null was will denn der hier versuchen wie einfach nur Postbendern es ist halt so langweilig was er macht auch er trifft wie ich die 1.8 einfach hasse in der 1.7 hätte er mich niemals getroffen ich verstehe auch bis jetzt nicht wie das gehen soll physikalisch jetzt auf der rote Abfahrt ja renn einfach renn 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 nein es nützt doch nix guck du mal ach bau nur oben da kommt einer, da kommt einer Achtung Digga hallo wie oben ja also diesen Teil hier oben und leg einen ganzen Sekunden in die Truhe ja mach ich auch weil das ist mir jetzt so blöd da 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 so sagen wir das mal hey aber ganz ehrlich ist es nicht ein bisschen lächerlich das ist nicht so lächerlich bis auf der rote kommt schon wieder das über dir komm 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 Und jetzt kommt Rot noch, sagen wir, teamen die dann, wenn die Rot nicht runterschießen. Ne, die passen einfach nicht auf. Ist mir egal, ich bin jetzt hier. Nice. Das Ende der Fall ist. Digga. Ja, und die schießt mich wieder und das kannst du mir nicht erzählen, dass die nicht irgendwas am Laufen haben. Also nicht ein Hack, aber guck dir das an, das kann nicht sein. Was hatten die in dem Leben irgendwie auf ihr Hobbys? Ja, das Wochenende, jetzt können wir den ganzen Tag hier spielen. Nice, guck mal. Wir werden gewascht, wir werden gewascht. Lauf weg, lauf weg. Ohne Scheiß. Ja, lauf weg, lauf weg. Ich bin schon, also mehr oder weniger. Wie sollt ihr hier lang kommen? Ja, hier, komm rüber. Dein Bett wurde zu... Ne, dann fliege ich mir wenigstens ehrenhaft, 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 ehrenhaft raus. Ich bin tot. Ich nicht. Ich hab noch ein halbes Herz. Digga, du lebst immer noch. Ich muss jetzt durchraschen. Schaffe ich niemals? Nein, nein, jetzt bin ich weg. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich... Ich bin immer noch. Als ob ich... Ich hab noch sieh'n soll, Mann. Geh weg, du, ich bin so. Oh mein Gott, ich bin einfach durch. Nein, ich bin durch. Weiße. Oh mein Gott, wenn ich das Bett noch abbau. Jawoll. Oh mein Gott. Noch ein Kill, noch ein Kill, noch ein Kill. Bleib am Leben, bleib am Leben. Ich hab noch ein Kill, die hat noch Sinn. Jawoll. Ich geh noch mal um den Black Ops. Ne, noch einmal jemanden Pussy, falls ihr es jetzt geschrieben habt. So, nach dem Motto, ich geh eh raus. Ich geh zwar jetzt raus. Aber ich hab trotzdem, Alter. Ja, ich will das noch weiter jetzt. Ja, klar. Nee, 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 die nicht mehr. Die haben Bogen. Guck mal, die sind extrem... Ich weiß, die haben Augen zu durch. Ist ein Grund, aber kein Hindernis. Ja, die schon. Die sind ja... Guck mal, die haben sogar Angst jetzt. Die denken nicht auf Hex. Nee, niemals. Warte, ich steig auf dich. Oh, Frenz. Hör mal drauf, komm. Hat keinen Sinn mehr. Pick ihn! Jawoll! Also, was Blockhitten angeht, sorry, aber da bin ich echt ein Biest. Da lebt keiner mehr außer du. Und die Gegner. Ich hab aber nur noch drei Herzen. Er juckt mich jetzt auch nicht, komm. Weg bist du. Wenn ich den doch einmal kill. Nice. Das hat nicht geklappt. Egal. Digga, Ehrenmann. Nice. Okay, gut. Da verabschiede ich mich für heute, Gott sei Dank, von dieser Runde. Und yo, ich heiße ab jetzt praktisch Köppler. Und yo, schaut beim... Steffen Aka hat die Story vorbei. Da haben wir wahrscheinlich kein Video aufgenommen, aber ich hoffe mal. Wir haben jetzt, also wir haben es auf jeden Fall versucht, dann irgendwann mal, außer ich hab kein Bock mehr über das so, keine Ahnung. Aber ich geh jetzt essen, bis dahin. Tschüss! Sag tschüss! Ciao! Alter, was ist hier los? Hashtag Abogeier. Was ist hier los? Was ist hin?